Willkommen zurück zu einer neuen Aufnahme-Episode, Aufnahme-Session von Pillars of Eternity. Wir befinden uns immer noch im Dorf der sogenannten Barbaren und sollen in eine gewisse Grube hinabsteigen, um dort den, wie heißt der, Thanos oder wie auch immer, also den Oberbösewicht, den zweiten Oberbösewicht dieses Spiels zu bezwingen oder zu verfolgen erstmal, dann zu bezwingen. Aber wir haben in den letzten Folgen auch erfahren, dass der Herr offenbar für eine Kraft arbeitet, eine gewisse gefallene Göttin, die sich an verlorenen Seelen nährt und versucht, ihre Kraft wieder zu erlangen, wenn ich es richtig verstanden habe. Aber wir machen das diesmal, tatsächlich diese Woche nicht, weil ich den Hinweis bekommen habe, dass, bevor ich jetzt da hinabsteige, in, gar nicht hier, aber bei der Grabinsel, dass ich doch vielleicht zuerst einmal das Add-on angehen sollte. Und da ich den beiden Kommentarschreibern vertraue, werde ich das direkt mal tun. Vorab würde ich aber ganz gerne wissen, die Weißmarke heißt das, glaube ich, genau, wo ich da zuerst hinkomme. Ah, offenbar muss ich, oder wo ich zuerst hin muss. Die Dogans-Batterie. In Keir hat nur erst einen Brief eingetroffen, adressiert er den neuen Fürsten. Die Brogfrugtin glaubt, er könnte eine interessante Gelegenheit darstellen. Reise nach Stalwart. Die Bürger von Stalwart haben mich gebeten, eine verlassenen Zwergenfestung namens Dogans-Batterie zu öffnen und die weiße Esse zu finden. Ihre Bürgermeisterin, Renengild, kann mir vermutlich mehr sagen. Stalwart liegt in der Weißmarke, die Reise wird mehrere Tage in Anspruch nehmen. Dann gehe ich da einfach mal direkt auf die Landkarte, auf die Weltkarte am besten. Und offenbar muss ich dafür hier hin. Aber ich würde es ehrlich gesagt begrüßen, wenn ich vorher noch... Hallo? ...mich ausruhen könnte, aber ich kann offenbar nichts anderes besuchen als die Weißmarke. Mal direkt, mach es doch einfach mal. Achso, der Dober, okay. Auf nach Stalwart. Ach, kann man nicht. Gut. In dem Fall, äh... Warum klappt das nicht? Ach, jetzt geht es. Da müssen wir auch lustig. Äh, dann gehen wir ganz kurz erstmal kurz nach Clearbahn-Rilak. Ohne besonderen Grund eigentlich wollte ich mich nur ganz kurz mal dort ausruhen, beziehungsweise kampieren, damit ein paar Verletzungen meiner Kameraden, meiner Gefolgschaft abheilen können. Für Volksmann-Zahltag, für den Upload, nein, das ist kein Problem. Äh, der entfernte Verwandte von Bayestu, äh, der entfernte Verwandte verlässt die Festung. Äh, ja, wunderbar. Das soll sie machen. Ist mir eigentlich ziemlich egal, wenn ich ehrlich bin. So, ähm, wir werden hier mal kampieren. Rasten, bitte. Passiert irgendwas? Nein. Spricht mich jemand an? Nein. Wunderbar. Wollen wir auf die Karte gehen? Ich denke mal schon. Auf zur Weismark, auf nach Star Wars. Deine Gruppe gilt, äh, gilt für die, äh, Weismark-Inhalte als erfahren. Wenn du möchtest, kann die Schwierigkeit der Hauptquests erhöht werden, um dich stärker zu fordern. Die Belohnungen, die du erhältst, bleiben gleich, egal welche Option du wählst. Ich mach einfach mal auf erfahren, warum nicht? Ich kann meine Wahl später ja nicht mehr ändern. Ach komm, was soll passieren? Haha. Hm. Aber eine größere Herausforderung ist vielleicht mal nicht schlecht. Letztes Mal hab ich die Chance verpasst. Ich hatte gerade erst einen Kommentar, deswegen, äh, diesbezüglich beantwortet. Du hast ausgestattet für Stalwart. Der weiße March riecht in der Distanz, um zu Norden und Süden, so weit wie das Gesicht sieht. Es becknet dir mit Püren, wie brokenen Fingern. Die Räufe wird zu einem tatterten Ribbon und die Schäufe der Mauten fällt über deinen Weg. Du hast nicht begonnen, wenn die Schäufe der Schäufe der Schäufe pummelt dich mit hailstones und die Gräufe hinter dir zu einem Eis. Du pressen auf. Die Luft wird schmerzt, und die trechere Schäufe des Mountain Passes füllen screechend winds past deine Ears. A blizzard forces dich zu machen für drei Tage, huddeln für die Sicherheit, während der Schnee riecht über deine Refuge. At last, die Wälder clears, und du bekommst Stalwart unter einem krispen, blühen Skye. Es gibt ein Lüge, hoch und scharf, die von der Stadt kommt, das zuerst wie eine andere trozene Gale. Aber wenn du die Rüge hochkommst und die Stadt der Stadt's wäden Gäste, dann wirst du, was außer ihnen liegt. Es ist D'Azir, mit einem ganzen Pack von ihnen. Wir können diese Basterden nehmen! Das Ohr hier angreifen. Das klappt offenbar recht gut. Hat dann mit dem ersten Angriff schon mal 60% des Lebens verloren und wir gehen weiter. Oh, was für eine geile Muskete. Tritt mal bitte. Der zweite ist auch schon hier. Der dritte ist auch schon hier. Wunderbar. Und auf, kommt's, geht's. Ja, das ist keine große Schwierigkeit, diese Ohr hier zu besiegen und zu feinen Klümpchen zu verarbeiten. Was haben wir denn? Wir haben Trank der schwachen Regeneration und das war's offenbar. Ach, hier ist noch was. Etwas Geld. Nun, äh, naja, ich nehme mal stark an, wie soll der Straße irgendwie folgen? Oder dieser Straße? Oh Gott, da ist ein Dörfer, der irgendwie gerade Kampfstellung ist. Schau mal, mehr von der Fischerei! Wo genau ist das? Ah, okay. Boah, das könnte so ein bisschen schwieriger werden, der Kampf. So, wir haben gleich mal drei Wunden. Wunderbar, in Anführungsstrichen. Ich werde versuchen, mit einer Shift-Taste eine... ...Kette. Eine Befehlskette zu erzeugen. Dreimal Tritt. Gucken, ob das funktioniert. Wenn ich mal wieder aufstehen würde. Okay, das hat nicht so richtig gut funktioniert. Also nochmal das. Eins. Zwei. Drei. Würdest du das bitte mal machen? Okay. Eins. Zwei. Einfach mal so, um zu gucken, was funktioniert. Klappt mal überhaupt nicht. Möglicherweise muss ich mal gucken, ob ich die Steuerung irgendwie geändert habe, was das angeht. Alles ein bisschen schlägen, oder was? Komm, komm erst mal den Typen kaputt. Also den Kampf haben wir ohne weiteres bestreiten. Das ist kein Problem. Und er hilft mal überhaupt nicht. Er steht nur da und wartet, dass wir mit ihm reden können, oder was? Du bist auch lustig. Wir haben hier Adra zweimal und Wolfshaut. Und hier haben wir wahrscheinlich eine weitere Wolfshaut. Genau. In Ordnung. Hier kann man was weiteres abgrasen. Kann man mit dir sprechen? Oder haben die Westen sich mal die Saal durchbrochen? Mhm. Mit welchem Ziel ist die Frage? Hauen wir mal später nach. Erstmal hauen wir die Brustigen Uhr kaputt. Ah, der erste Wunsch ist schon entstanden. Wunderbar. Und der nächste, bitte. Wir müssen gleich mal gucken, ob die eigentlich gut Erfahrung bringen. Noch ein bisschen Erfahrung bekommen, weil ich ja oben noch ein Fragezeichen drin habe. Und wir bekommen Erfahrung. Wir gucken kurz mal. Ja, was auch immer es brachte, wir haben sie bekommen. Was ist das? Mondstein? Opal. Was ist hier? Diese Tür scheint von innen verbarrikadiert zu sein. Sie lässt sich nicht bewegen. In Ordnung. Vielleicht speichere ich mal zwischendurch. Nicht, dass irgendwann ein schwererer Kampf kommt. So, wir haben jetzt hier einiges reinigt. Lass uns ganz kurz mal die Straße nach Norden anschauen. Ob wir da noch irgendwo ein Ogre haben. Den wir platt machen können. Okay, erstmal haben wir noch was zum Pflücken hier. Obwohl, ganz ehrlich, sie sprachen davon, dass die Palisaden oder die Barrikaden im Westen durchbrochen worden seien. Warum sollten wir also jetzt mal erst nach Norden gehen? Gehen wir mal hier hoch und folgen wir nächsten Umgang. Na, komm schon. Ah ja, drei Wunden ganz hervorragend. Und nochmal. Und ich gehe auf dich. Wie wir alle hoffen, dich. Na, unsere Paligina hat schon ein bisschen was an Schalen erlitten. Ich denke, wenn ich gleich mal ein Feld letzter hat, ob sie wirken. Na, komm schon. Und du bist Geschichte. Wunderbar. Du kannst auf Feldherzrett wirken. Mach das bitte mal. So, was haben wir denn hier? Wir haben ein Trank des Geisterschildes. Nehmen wir das bitte mal. Adra und zwei Perlen. Wunderbar. Vielen Dank. Ich speichere erneut und wir ziehen weiter. Eiße Quellen. Na, wie praktisch ist das denn in dieser Eiswüste? Kommen wir irgendwie weiter? Ach, wir müssen hier unten lang. Okay. Es ist lustig. Es meinte gerade jemand in den Kommentaren oder es meinte letzte Woche schon jemand in den Kommentaren, ähm, dass auf die drei Dialogfolgen jetzt vielleicht gleich mal wieder dass die Kampffolge sollte. Drei Kampffolgen und tatsächlich starten wir gleich in den Kampf. Hallo, Fels-Ober. Hallo, komischer Wolf. Aber jetzt hat es kaputt, weil es relativ einfach ist und jetzt können wir auch zitieren. Okay, wir haben zwei Wunden. das heißt und noch mal vielleicht mal den Wolf töten, weil es einfach ist. Jetzt helfen wir unserem Herr Magier mal. Hallo? Alle? Na gut, dann halt nicht. Dann macht ihr euer Ding und du machst hier mit, bitte. Oh, das ist wieder einige Wunden erlitten. Okay, komm. Angriff. Aber das sind wir noch drei Wunden oder sieben Wunden. Gut, der nächste Wille. Warte, wir haben ja noch neue Fähigkeiten mittlerweile. Was ist das denn? Schmerziger Seele herrscht nach der Schläfer. Der Wächter schaut in den Schlaf in Erinnerung vorheriger Leben und zieht deren Kraft zur Besserung all seiner oder ihrer Attribute ab. Cool. Was war das? Kasteilung in der Seele. Achso, das hat man schon. Okay, gut. Ich spüre wieder neue Fälle. Oh, und Rubine. Oder Granat. Vielen Dank. Na dann. Ihr scheint ein Fehlbild für Edelsteine zu haben. Oh, das hätte ich mal vielleicht nicht in die große Kiste tun sollen. Egal. Das kann ich auch noch pflücken. Das ist das Wichtigste während eines Kampfes erstmal irgendwelche Blumen zu pflücken. So, wo muss ich schlagen? Weiter nach Westen oder erstmal ein Stück nach Süden? Ich gucke mal kurz nach Süden, ob da noch irgendwas ist. Na, bisher nichts. Doch. Dann kommen sie mal ran. Ah, das hat mir auch ordentlich Schaden kassiert. Und das war's. Der nächste Bidde. Wir greifen den Bidde alle an. Du kannst ruhig mit deinen Tritt weitermachen. Und das dürfte es gleich gewesen sein für dich. Jawohl. Und wir kommen zum dritten Herrn mit der Zunderbuchse der Felsora-Kanonier. Und das war's auch für ihn. Vielen Dank für eure Beteiligung. Und das Geld. Und was ist das? Das Ogre-Blut. Natürlich. Was wir freundlicherweise schon irgendwelche Fläschchen abgefüllt haben. Sollen wir hier so ein bisschen Krimskraus mitnehmen. Eine Stadt unter Belagerung. Da kann ich noch ein bisschen was klauen und plündern. Okay. Wir haben weitere Ogre. Natürlich. Was sonst? Oh. Das ist aber schon heftiger. Okay. Du hast diverse Wunnen. Wunderbar. Dann komm kurz mal zu dir. Und zu dir. Der Herr Kriegsführer. Warte mal. Wenn du der Herr Kriegsführer bist, kriegst du gleich ein paar Geschosse ab. Und vielleicht sollten wir mal anfangen geweihten Boden anzuwerfen. Du hast auch schon wieder diverse Dinge gemacht. Hier ist es zum Auferstehen. Nicht wahr? Belebt Verbündete wieder. Ja. Dann kommen wir an mit ein paar lustigen Drachen. Warum eigentlich nicht? Du kannst übrigens weitertreten, wenn du willst. Jawohl. Weiter. Und weiter. Wenn es irgendwie klappt. Könnt ihr drei vielleicht mal kurz auf den Typen hier schießen? So weit ich viel hier dürfte ich auch nicht mehr haben. Stehst du wieder? Nein. Na komm schon. Der Kriegsführer ist kaputt. Wunderbar. Kommen wir mal zu dir, der in der Mitte steht. Du haltest dich vielleicht nach dir selber. Sehr schön. Und ihr, Fitzpicken, seid gleich mal Geschichte. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wunderbar. Und einer fehlt noch. Also ich nehme an, das ist ein festgeschriebenes Event mit festgeschriebenen Gegnern, weshalb die für mich jetzt nicht so unglaublich schwierig sind. Aber ich verstehe das Spiel, dass es meint, ich bin für dieses Spiel schon etwas erfahren. habe schon etwas erfahren. Dann kommen wir relativ leicht voran. Duffler. Du! Renengild hat nach dir geschickt. Sie wird mit dir sprechen wollen. Ihr Haus ist gleich hier vorne. Neben der Gräfenrast. Der Bote keucht und wedelt den Rauch vor deinem Gesicht weg. Katie's Haus ist verbringend. Hörst du! Sie sind beide da drin. Kann ich da vielleicht irgendwie helfen? Hörst du! Der Hütte kommt runter! Na dann! Das Dach dieser Hütte ist fast vollständig von Flammen eingehüllt. Das Feuer lässt den Schnee in roten Farbtönen leuchten. Einige Balken sind nur noch glimmende Skelette. Hinter der Schwelle der Hütte siehst du nichts als qualmenden Rauch. Das Feuer klettert brüllend das Holz hinauf. Die Luft fühlt sich dick und heiß an. Das Gebäude ist ein einziges Labyrinth aus Flammen. Dem Rauch zu trotzen und einen Weg durchs das Feuer zu finden wird eine Herausforderung. Ich gehe natürlich selber in da rein, weil ich die Beste für den Job bin. Und die Heldin in der Geschichte. Du springst über die brennende Schwelle und verschwindest hinter einer Wand aus Rauch. Im Inneren des Hauses hat das Feuer die Wände und Balken zerfressen. Dichterquallen füllt das ganze Gebäude. Man sieht kaum eine Handbreit vor den Augen. Nur gelegentlich lorren irgendwo Funken auf. Die überleben fünf. Ducken, um den Rauch zu entgehen. Du dringst durch einen dichten Vorhang aus Hitze und Ruß weiter vor. Die Hütte knarzt und ächzt. Die Flammen werden immer größer. Mit einem gewaltigen Knarzen kracht der brennende Balken hinab. Du warst zu langsam und bist unter dem schweren Holz eingeklemmt. Ich drücke ihn weg, weil ich recht stark bin. Du bist nach dem Aufprall mitgenommen, kannst den Schutt aber relativ mühelos entfernen. Du stehst wieder auf, etwas außer Atem, äh, durch die Anstrengung. Mach 10. Ein plötzlicher Feuersprung versenkt dir die Arme. Du lässt dich davon nicht aufhalten, aber die Schmerzen werden immer schlimmer. Du kämpfst dich weiter vor und gelangst endlich in einen größeren Raum. Links ist ein Mann zu sehen. Er war es, der um Hilfe gerufen hat. Er steht gefangen hinter einem Vorhang aus Flammen. Die Arme erhoben, um die Hitze abzuwehren. Es könnte unmöglich sein, zu ihm zu gelangen, ohne vorher die Feuer zu löschen. Rechts liegt eine bewusstlose Frau zwischen einem Haufen Schutt, der wohl einmal das Dach war. Sie ist klein, aber der Schutt, unter dem sie gefangen ist, sieht schwer aus. Rauch steigt nach oben in die freie Luft und verdeckt jesicht nach draußen. Stehen bleiben und die Situation auf der linken Seite ansehen. Ja. Erstmal, ich gucke mal die rechte Seite mal an mit der Frau. Diese Frau ist in eine große Menge Schutt eingeklemmt, darunter auch ein schwerer Balken. Ein Bluterguss in ihrer Schläfe lässt darauf schließen, dass der herabfallende Schutt sie getroffen hat. An ihrer ausgestreckten Hand siehst du einen Ring blitzen. Versuchen, den Schutt vor der Frau zu heben. Den Schutt mit einem Brecheisen wegheben. Warum eigentlich nicht? Du siehst das Brecheisen gegen einen Teil des Balkens und mühst dich mit aller Kraft, ihn anzuheben. Nach wenigen vergeblichen Bemühungen hebt der Balken sich schließlich langsam, Zentimeter für Zentimeter. In einem letzten gewaltigen Hauruck hiebst du den hübrigen Schutt von der Frau. Die Frau ist immer noch bewusstlos, ist nun aber vom Schutt befreit. Du kannst sie bewegen. Vielleicht kann ich ja beide gleichzeitig rausziehen. Abwende dem Mann helfen. Oder er kann sie rausziehen. Du gehst zu dem anderen Opfer. Rauch hängt schwer in deinen Lungen und die Hitze ist unerträglich geworden. Du kannst dich nicht mehr lange auf den Beinen halten. Oh. Hilfe! Bitte hilf mir! Ein Mann mit den dürftigen Rüstungen an der örtlichen Wache ist auf einer Seite des Hauses gefangen. Das Feuer hat sich über die Dile ausgebreitet und blockiert jeden Fluchtweg. Reif und Rost folgt auf des Kartes Schritte. Habe ich leider nicht. Was immer es auch sein mag. Winterwind habe ich auch nicht. Schauernebel, also irgendwelche Zauber wahrscheinlich. Versuchen dem Mann die Flammen zu erreichen. What? Ich habe also keine Möglichkeit ihm zu helfen. Dann werde ich der Frau wohl helfen. Du mühst dich bei Bewusstsein zu bleiben und die Schöpfung und der Sauerstoffmangel sind zu groß. Bald wirst du überwältigt und brichst auf dem Boden zusammen. Es wird dunkel oder das ist ein Problem. In dem nebligen Zustand der Bewusstlosigkeit der erfolgt war weil immer wieder kurze Schreie und das Krachen von brennendem Holz herbei und verschwinden wieder. Du erwachst einfach später nachdem Pallegina dich ins Freie und in Sicherheit gezerrt hat. Schade, ich hätte wirklich ganz gern wenigstens der Frau geholfen. Dörfler, geht es dir gut? Ich war mir sicher, dass das Haus würde einstürzen und dich in den Tod reißen. Der Mann wischt sich die Stirn ab und blickt auf das zusammenfallende Haus. Der arme Lurgolder, die arme Katie, sie, seine Augen weiten sich als ein Teil des Dachs einstürzt. Er blickt Kopfschüttelnd weg. Du siehst aus als könntest du etwas zu Trinken vertragen. Bring das zu dir. Herr Ferrick und trink einen auf mich. Er wirft dir ein paar flache, geschnitzte Knochen zu. Okay. Ähm. Und sie kommen direkt und löschen das Feuer. Etwas zu spät, aber trotzdem kommen sie. Ich werde kurz mal speichern. Ich will noch ganz kurz gucken, ob es mir gelungen wäre, wenn ich einen Spielstand habe. Wo ihr gemerkt, der davor ist, äh, Stalwart automatisch speichern, war das... Ähm. Moment. 544. Na, nee. Das ist zu lang her. Ja gut, dann werde ich das Ganze ertragen. Und werde sozusagen, ähm, ja, ich habe es versagt. Deswegen werde ich es auch akzeptieren. Ich werde das Ganze nicht normal spielen, nur damit, äh, damit ich sozusagen die Frau jetzt irgendwie retten kann oder den Mann irgendwie retten kann. Nein. Ich habe versagt und ich muss, äh, ich mag es ganz gerne sozusagen, falls Leute, die mich noch nicht so wirklich lang kennen, ich mag es ganz gerne, mit meinen, äh, mit meinen Fehlern so ein bisschen zu leben in dem Spiel. Ich möchte keinen perfekten Durchlauf haben, denn bei Rollenspielen möchte ich lieber eine Geschichte erleben. Das ist mir ganz wichtig. Es ist ein wichtiger Punkt. Auch wenn es nicht die perfekte Geschichte ist. So, schauen wir mal an, was die Frau Rhen gilt uns zu sagen hat. Oder Herr Rhen gilt, ich weiß es nicht. Ah ja. Du siehst eine Frau mittleren Alters und einen jüngeren Mann, die miteinander streiten. Beide tragen blutige und schmutzige Kleidung. Der junge Mann wendet sich zu der Frau um und sein Auge ist eine frische Platzvolle zu sehen. Sie haben die Stockade, Mutter. Es ist... enough. Sie sind weg. Sie hält eine Hand hoch, an der das letzte Glied des Ringfingers fehlt. Aber es ist ihre Stimme, äh, aber es ist ihre Stimme, scharf und kalt, die den jungen Mann verstummen lässt. Während er grimmig auf seine Zähne starrt, wendet sie sich dir zu. Sie hat dunkle Ringe unter den Augen und ein steifes Grinsen auf den dünnen Lippen. Der Liedlerer von Kad Nua. Danke, dass du die Reise gemacht hast. Abida weiß, dass es einen langen. Ich bin sicher, dass du auf einer mehr zivilisierten Willkommen wachst. Still, wir sind sehr verpflichtet für deine möglichen Intervention. eigentlich auch von Soho war da ferne. Sie faltet die Karte schnell und gnadenlos zusammen. Stalward ist nicht viel mehr als ein Grießstain auf der Karte. Welche Reise haben wir in der White March sind quasi Tracks in der Schnee. Und für jeden Traitor oder Adventurer, der durchkommt, drei unserer eigenen werden für gut gehen. Hm. Aber es war nicht immer so. Es gab eine Zeit, als die Könige und die Könige zu den ersten Garten zu diesen Garten besuchen, als die White March war die Envy der Empires. Ihre Augen leuchten einen Augenblick lang und sieht sie viel jünger aus. Ein ziemlich tiefer Fall. Das alles ist Vergangenheit, das stimmt. Die Pargrin-Dwarfs haben die White March once transformiert. Wir könnten ein paar von dieser Großartigkeit zurück in Stalward bringen. Aber wir brauchen die White Forge. Natürlich. Es war über 200 Jahre seit jemandem so viel als eine zerstörungsweiße nahe. Arbeiter bin ich auch nicht. Ich an eine S arbeiten, das habe ich noch nie getan. Ich habe nicht die White Forge Ich will, Sie finden es. Wir haben jetzt versucht, Durgans Batterie über ein Jahr zu verbrechen. Das Problem ist, die anderen Expeditionen können nicht so viel wie die Vorsteuhr schreien. Sie reibt sich die müden Augen. Erzähl mir von diesen anderen Expeditionen. A dozen different groups have come through at our request and several more besides. Been hoping that one of them could clear the way through Durgans Battery. But young or old, green or seasoned, it don't seem to matter. They cast their spells, chisel at the door and search the grounds until they've worn new treads into the old stone. The lucky ones eventually go home. Plenty more find themselves on the wrong side of a blizzard or an ogre-rating-party. We're in an old mining town or we were until the Adirans pulled out and left us with a half dug mineshaft and something resembling an inn. Since then it's been a steady decline. You've seen the roads. Is it much we can produce that the Valians can't ship cheaper. But the white forge. Well, if we could fire it up again and start producing Durgans Steel or something close to it, wouldn't matter if we're in the white march or the living land. Business would come. come on. That's the long and short of it. We're laborers and fisherfolk, not adventurers. But Durgans Steel could still on the map again. Open up the mines, bring in new business. We just need the white forge. Because you can shave stone with it. Cleve cast iron in two. And the stuff's is rare as it is remarkable. If we could something even half as good, we'd have a market at our doorstep and work enough for all of Star Wars. Where should I start? Ogres, Blizzards or sheer damn inaccessibility? It ain't for lack of trying, I'll tell you that much. Got untold riches in Durgans Steel lying just inside and never mind the white forge itself. The Adirans, who first settled the old stalwart tried to crack it. So did the Valians and every other cocky adventurer with more metal than sense. But the place has a funny way of sealing itself up. Front door stays shut. The tower entrance is clogged with Ravel. And it's been impossible to blast away in. vertont worden is. That's not schlecht. That's not bad. It's not a cost question. I think it's a add-on to the game is and she one of the Hauptfigures and weighed and weighed the blick out. Weighed and each other off. Or so the old books say. Plenty of tales to go around, but none of them open the battery. And the last thing people need is another reason to fear the place. Hmm. Die Gestandenen haben eine Schwäche für Geistergeschichten, aber die Glanfantaner nehmen die ihren sehr ernst. it was, the other Pargrin-Dwarven Settlement in the white march, Bonepicker, the Hawk and the rest, emptied out not long after, moved to gentler, greener Land. Hmm. Wie untypisch für Zwerge. I have the right idea, if you ask me. Ich verstehe nicht, warum er die weiße Esse braucht, um guten Stahl herzustellen, genau. Er hebt sein Messer und seine halbgeschälten Apfel zum Feuer, eine dramatische Geste des Frustes. Durgan Steele war nicht nur gut, es war einiges der Besten. Wir brauchen das Besten, wenn wir Stahlward leben. Niemand alive hat gesehen, die white Forge, aber die alten Storien erzählen, dass es körperlich war, schlugte white heiße und ein stetig , even Heut, unlike any other Furnace. ein ähnlicher Essay herzustellen. Lass besser schlugte Folk über wie das was gebaut wurde. Ich will es zu benutzen. Pargruen ein Wort in ihrer Sprache. Sie sind Traveller. Sie sind Wanderer für Generationen, aber ich konnte Ihnen viel mehr sagen. Die Batterie ist über den Norden. Ein gut Haufen. Hohen. mit Lockeren Ton aber Renengeld verstummt plötzlich und Runzel konsterniert die Stirn. grinst und zieht sein Messer wieder über den Apfel. Erzähl mir etwas über das Ogerlager. Er gehört an Flamen die schreit. Matrim Barragons Clan. Hunte sagen mir sie aktive waren. Hunte Elk und und sonst werft sich ein Apfelschnitzen in den Mund und zerkaut ihn kräftvoll. Werft sich ein Apfelschnitzen in den Mund und zerkaut ihn kräftvoll. Sie reibt sich die letzte Expedition der Erkennung oder die geschlossene Stockade. Ich sage, wir sollten ihn nicht weiter agitieren. Einer weniger Apfelschnitzen würde unsere Wälder sicherer machen. Was ist von ihnen? Auch, die Apfelschnitzen lieben, was die letzte Expedition gefunden hat. Es gibt eine Erkennung, dass sie nahe ihrer Strecke entfernt wurden. Kötzten von einem Apfelschnitzen wird unsere Probleme nur schlimmer machen. Der Weg, um die Apfelschnitzen zu treffen, ist mit ihren Händen hoch. Wir können aber mit ihr reden und gucken, was passiert. Ah, wenn jemand mit einem Ogre sprechen könnte, würde ich glaube, das wäre du. Aber sie sind nicht für ihre Wälder mit Prattel bekannt. Mestre Galvino, wie der alte Krosspatch es liebt, lebt sich selbst und hält die Wilder und Wälder auf der Bühne durch die verdammte Fäulheit seiner Temperatur. Sie bedeutet, dass er ein Anamanser und Anamanser ist, der seit über eine Jahrzehnte in der Beseelung der Beseelung lebte. Und er schlägt seine Brot auf beiden Seiten und setzt seine leften Schuhe vor seiner righte. Aber das ist nicht hier oder dort. Sie verschränkt die Arme und zerknüllt die Seite in der Faust. Wahrnehmung und Intelligenz habe ich nicht. Deswegen, aha. Niemand ist hier mit dem Mann gefühlt. Aber er ist eine klare Hand und eine kurze Studie. Es ist ein Fäule, der denkt, dass er so nahe zu der Batterie bleibt, ohne etwas über sie zu bedienen. Du hast so viel zu der letzten Partie gesagt. Und wir haben nicht Hyde oder Haar von ihnen seitdem gesehen. Vielleicht haben sie nicht von Baragons Ogres aufgerufen. Sie hätten eine graue Augenbraue. Ulrich zuckt bei den Schultern und wendt sich wieder dem Feuer zu. Echt auf deinen Schritt. Galvinos Platz ist ein Weg nach links der Batterie. Und die Leute, die es passen, bringen unzettelte Hände. Ah. Das kriegen wir doch wohl hin. Alles klar. Gut. Bevor du die Stadt verlassen, stopp bei der Hände. Die meisten Besucher zu Stalwarden spenden ein bisschen Zeit dort. So können Hafrik und seine Patronen dir das Land geben. Warum nicht? Ich weiß nicht, was mit dir ist, aber ich bin plötzlich am Verdursten. Eigentlich wollte ich noch etwas fragen. Was ist in deiner Meinung? Die habe ich aber erst in der nächsten Folge. Denn wir sind schon über eine halbe Stunde. Oder jetzt ungefähr eine halbe Stunde. Wir sehen uns also gleich wieder. Bis dann.